ja leute eine neue produktvorstellung ein neues tool ein neues mitglied in der refactory familie und zwar geht es sich um den ordinären power switch jetzt ist im vorfeld schon ange oder haben sehr sehr viele gesagt power switch warum brauche ich ein gerät was 30 euro kostet von refactory wenn ich mir doch bei unterschiedlichen bezugsquellen in deutschland auch geräte kaufen kann drei stück für den gleichen preis aus dem ganz einfachen grund weil die geräte die ihr da kauft für den gleichen preis drei stück haben vielleicht die gleiche grundfunktion aber das was sie nicht können ist sich in smart rift im smart brief einzugliedern und auf aktionen zu reagieren dieser kleine an und ausschalter programmierbare schalter ist hier im smart brief bei mir integriert momentan auch noch mit einer ganz ordinären funktion und er lässt sich genauso wie jedes andere gerät von refactory ins wlan einbinden dazu muss ich ihn einfach nur unter strom setzen und kann dann auch anschließend das entsprechende netzwerk ist ja auf der seite ist die seriennummer kann ich dann in meinem tablet in meinem rechner auf meinem handy sehen und die übliche verbindungsprozedur durchgehen wie ich das gerät dann in smart brief einbinden so ich nehme euch mal wieder mit auf mein pad und gehe dann hier mal in die geräteliste und ihr seht den power switch in der mitte und er ist auch im moment schon da und zwar haben wir hier halt die möglichkeit ihn als ordinäre zeitschaltuhr zu benutzen was ich auch momentan so mache ihr seht ihr habt einmal den automatischen modus diesen automatischen modus da kann ich meine entsprechende an und ausschaltzeiten einstellen ich kann aber auch wenn ich das möchte eine aktion mit dem ausführen momentan ist leider gottes erstmal nur eine aktion über den level keeper über den kh keeper verfügbar es wird aber noch an neuen aktionen gearbeitet so gehen wir mal ne aktionen haben wir in der aquarien liste aktion jetzt gehen wir mal auf aktion hinzufügen wählen und einen kh keeper aus befehl auswählen wenn der kh ist unter sieben dann kann ich mir entweder die dosierpumpe auswählen oder jetzt auch dann hier den power switcher den befehl strom einschalten in den angegebenen zeitraum anschalten also ich spreche ich kann einen zeitraum definieren strom ausschalten in den automatischen modus schalten oder fortlaufen das sind die aktionen die momentan an den kh keeper gebunden sind und sind dafür gedacht dass ihr über diese über diese schaltsteckdose hier im prinzip einen ja eine pumpe ansteuern könnt für einen kalkreaktor zb wie das ganze gehen soll fragt mich nicht ich habe von der ganzen kalkreaktor geschichte keiner keinen blassen schimmer aber das ist eine möglichkeit so ich selber benutze den hier als ordinäre zeitschaltuhr da unten ist er doch so als ordinäre zeitschaltuhr und zwar immer zu den zeiten wenn meine dosierpumpe angeht jetzt ist es so dass im moment auch schon daran gearbeitet wird im hintergrund weitere aktionen dem power switch zuzuweisen das dauert ein bisschen weil das ganze muss programmiert werden es muss auch die wünsche eingegangen werden was dann im endeffekt alles genau kommt kommen wir dann irgendwann in der nächsten zeit zu aber fakt ist hier habe ich jetzt einmal die möglichkeit das ganze automatisch zu konfigurieren so da hat mich doch der husten glatt übermannt ja wir waren beim konfigurieren und ihr seht hier habe ich schon eine ganze menge an entsprechenden eintragungen gemacht und unten in der mitte steht ein großes plus da können wir jetzt hingehen und sagen wir möchten eine anschaltzeit von 0 bis 0 uhr 30 und was wir dann auch noch machen müssen an welchen tagen und da müssen wir dann die entsprechenden tage alle zu jedem zeitpunkt anklicken und gebe auf hinzufügen und da haben wir unten in der letzten zeile den entsprechenden die entsprechende eintragung stehen das ist eine möglichkeit so wir haben unter anderem aber auch die möglichkeit das ganze fortlaufen zu machen wenn man wiederkehrende intervalle hat dann kann man zum beispiel sagen 30 minuten arbeiten 30 minuten unterbrechen das ist auch möglich oder man kann sie entsprechenden zeiten festlegen in 15 minuten takten das ist in 15 minuten takten bis zu einer stunde hoch und dann geht es in halbstündigen eine stunde eine stunde 30 2 stunden und drei stunden und das gleiche spiel dann halt auf der unterbrechen seite das ist möglich und wir haben die möglichkeit änderung verwerfen ja ganz auf manuell das ganze ganz ordinär an und auszuschalten unten haben wir eine entsprechende uhr die wir auch einschalten lassen können also sprich wir können definieren wenn ich das ding jetzt hier anschalten dann läuft es meinetwegen 10 minuten 15 minuten 60 minuten oder ist dauerhaft an bis ich es wieder ausschalten das ist möglich und ihr habt gerade gehört das ganze hier angegangen ich weiß nicht ob man das in der kamera sieht der knopf ist rot geworden ich kann aber auch hier an diesem knopf ein und ausschalten da seht ihr dann auch auf dem monitor ist das gleiche das spiel dann auch passiert also das spielt schon mal sehr gut miteinander zusammen und wir haben die möglichkeit eine verzögerung noch mit hinzuzugeben von 30 sekunden bis hoch zu 15 minuten wer es braucht ja das sind die möglichkeiten die ich hier mit dem power switch habe grundsätzlich und ich kann da aus eigener erfahrung reden wenn ihr anfangt zu konfigurieren kann ich nur einfach sagen ihr seht jetzt hier die eintragung die ich da gemacht habe von 0 bis 0 30 ist nicht mehr da hat den ganz einfachen grund ich habe sie nicht gespeichert so ich füge jetzt einfach mal wieder etwas hinzu und unten links steht ein großer roter knopf save early save often kann ich nur aus der gaming szene sagen und dann geht man einfach wieder zurück und macht dann dementsprechend weiter wenn ihr mehrere punkte eingeben müsst so wie ich das hier machen musste so jetzt nehme ich dir mal wieder raus dann ist es ratsamen so alle zwei bis drei punkte nachdem man das eingegeben hat abzuspeichern mal kurz raus zu gehen aus dem menü und wieder rein zu gehen ich habe ich glaube insgesamt drei oder vier mal durfte ich komplett neu programmieren weil ich es einfach nicht auf die kette gekriegt hatte zwischendurch zu speichern man ist dann drin und will die ganzen zeiten eintragen die ich dann jetzt hier dementsprechend brauche für meine verwirbelung unten mit der aqua b pumpe die ich euch auch im letzten video schon gezeigt habe das zu programmieren und dann geht man hin ich habe dann zwei tabs auf gehabt und bin dann immer hin und her gesprungen und irgendwann war die programmierung auf einmal weg ja weil ich nicht gespeichert habe weil ich zu faul war alles in allem ist das hier definitiv ein sehr gutes hilfsmittel ich weiß dass demnächst definitiv aktionen kommen werden für den level sensor und es werden auch noch weitere aktionen geplant also die man mit diesem gerät dann mit anderen geräten verbinden kann was es dann genau ist werden wir dann sehen werde ich euch auf jeden fall darüber informieren ja alles in allem klein niedlich nützlich gutes hilfsmittel preis leistungstechnisch dafür dass es dann halt mit in smart rift smart rift eingearbeitet ist ist es definitiv sehr hilfreich viele werden dann sagen brauche ich nicht okay wer es nicht braucht brauche es nicht kaufen ganz einfach ich bin einfach nur der meinung dadurch dass wir das dann halt mit den entsprechenden aktionen hier in unseren in unserer app verbinden können ist es definitiv ein produkt was sehr sehr gut ist und mir das leben dann dementsprechend auch erleichtern kann in diesem sinne würde ich sagen ich habe genug gequatscht bis zum nächsten mal ich zähle auf euch euer weibach